Test, test. Does it work? Okay. Test-talk von unserem Formel-4-Boot auf der Donau. Das Wetter ist meh, aber es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das ist schwer, das Wetter ist sehr schlecht. Unsere Vision ist eine neue Elektrik-Championship, indem wir die Elektrik-Champions-Internation zur Elektrik-Champions. indem wir ihre Charakteristik so wenigstens wie möglich. Das ist der Grund, dass wir ein Retrofit-Kitz gebaut werden können in der F4. Der größte Herausforderung heute ist die Ratio-Weight, Power und Batterie-Range. Kaiser hat eine gute Lösung mit Batterie-Modules. Für die Sicherheit, die 48 Volt war ein Muss. Es hat die Anwendung nicht die Anwendung zu arbeiten, das ist sehr wichtig in der F4. Wir wählen Molabo, weil sie den größten und leichtesten Motor auf dem Markt haben. Wohooo! Im Vergleich zu der Anwendung, die Anwendung der Elektrik ist viel besser. Es ist verrückt. Die Manövrabilität ist die gleiche zwischen den beiden Modeln. Aber die große Unterschiede ist in der Cockpit. In der Cockpit haben wir weniger Vibration und weniger Sound. Wohooo! Das ist so cool! Das Wasser ist scheiße, aber das Boot ist verrückt. Sehr verrückt! Okay. Okay. So, we can't continue the test anymore. The weather is too bad. I can see anything. This is so dangerous. Too dangerous, sorry. So, we are gonna stop the test right here. But the first sensation is good, really good. We have a good acceleration, a good speed. We will see more after. Go. Yeah. After the first test, all of it is okay. The boat is okay. The motor is perfect. The hull is good. And the pilot is good. All is good. All is good. Very, very, very good boat. Today, we reach 100 km per hour with bad conditions. So, I think we can do more. First step is to change the propeller, a bigger one. And the second step is to check the height of the motor. We can down it a little bit for performance. First step is to change the